Wilton ist für mich open-minded, vielseitig und gewisserweise autark. Oben ist ein bisschen mehr so tagsüber und Kaffee. Es geht dann so ein bisschen über in so Afterwork-Geschichten. Genau, und unten ist eher so für DJs, für Ausstellungen. Wir haben hier Poetry Slams, wir haben Stand-up-Comedians, wir haben sehr, sehr viele Musik-Events da. Wilton macht ganz besonders, finde ich, die Nähe zur Innenstadt. Aber dass es trotzdem irgendwie ein autarkes Viertel ist, sag ich jetzt mal. Also man kann in die Siltschlucht direkt gehen und ist da in der absoluten Nature. Von daher, diese Vielseitigkeit macht Wilton auf jeden Fall aus. Und trotzdem urbane, zentrale Lage. Hallo, ich bin der Flo. Wir sind hier im wunderschönen Carta Nosta.